Wie fühlst du dich? Ich glaube, ich bin langsam wieder gefangen. Oder vielleicht fängt das Radius an. Eins von beiden. Wie vieles Glas war das? Drittes oder viertes? Fühl dich super? Ja. Aber ich bin auf Bier umgestiegen, muss ich sagen. Also zwei Flaschen Rum sind schon eine Leistung, muss ich sagen. Also ich finde zwei Flaschen Rum ganz okay, aber das halbe Bier ist auch schon weg. Wie geht es dir jetzt nach den zwei Flaschen Rum? Herrlich. Herrlich. Sag ich nochmal herrlich. Wie geht es dir? Ich kann meine Nasen durchlaufen. Luft zu spressen. Simon? Mir geht es super. Mir geht es auch super. Ich fühle mich derbste. Nice. Ich bin besorgen. Das ist die Hauptsache. Mir funktioniert das nicht so, Minja, mein Bier festzuhalten. Ja natürlich funktioniert das nicht, sich an deinem Bier besser festzuhalten, Alter. Das ist ein Bier. Das ist ein Bier. Das ist ein Bier.